Bitte erheben Sie sich zum Gebet. Lieber Gott, danke für die ersten Dorfreizeit-Tage, bei denen wir alle viel Spaß hatten. Bitte schenke uns weiterhin ein gesegnetes Miteinander und die richtigen Worte, mit denen wir dich den Kindern näher bringen können. Hilf uns, dass unser geplantes Programm so durchgeführt werden kann, wie wir uns das vorstellen. Lieber Vater, bedenke auch die Menschen, die aus Krankheit nicht hier sein können. Schenke ihnen Gesundheit. Sei bei all den Mitarbeitern unseres Grundsieh-Projekts, also dem familienentlastenden Dienst. Halte deine schützende Hand über sie bei ihren Einsätzen in den Familien. Begleite all die Missionare auf der ganzen Welt und hilf ihnen, deine Botschaft zu verbreiten. Bitte hilf den Menschen im Nahen Osten, ihre Konflikte friedlich, ohne Krieg zu lösen. Stärke die Menschen bei den Aufräumarbeiten in den Flutgebieten. Schenke all denen Kraft, die Hunger, Durst oder anderes Leid tragen müssen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel. Denn heilig werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille bestehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, auch wir, vergeben unseren Schulden und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Leidigkeit in Ewigkeit. Amen.